Der Große hat seinen letzten Wunsch gehabt. Die Münzen. Lange nicht mehr gesehen, Panza. Wir gehen jetzt aber rein und für raus. Haben Sie die Münze? Wo ist jetzt die Münze? Die Münze ist weg. Ich werde uns jagen. Herzlich willkommen, Masse. Ich grüß dich. Wo ist die Schieße an den Münzen? Ryo? Scheiße, Papa. Wir haben es verschießen. Du, super gemacht. Also ganz leiber. Und ich bin so stolz auf dich. Wir kommen aus der Scheiße hier raus. Natürlich kommen wir aus der Scheiße hier raus. Und es ist doch Familie! Und wer sind Sie jetzt? Der Pivka. Weißer ich kennen Sie nicht, aber ich sehe Ihre Hoden. Und gefallen Sie Ihnen? Verkle Vera sonst. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.